So, ein weiterer Treffpunkt. Zurück zu Josiah Hill. Aha. Nur wieder Feind unterwegs. Hier vorne irgendwo. Ich geh mal gucken. Ich darf. Das schießt doch jemand davon. Nö, tut er nicht. Feindlich schon erledigt. Äh, ja, äh, ja. Bitte. Warum schaltet er die nicht? Ich hab's akzeptiert. Ich hab's akzeptiert. Ich hab's akzeptiert. Ich hab's akzeptiert. Schuhe, jawohl, mitgenommen. Jo, wir sind an der Kiste. Josiah, was ist das? Ich habe unsere Leute gefunden. Johnson. Weaver. Das waren gute Männer. Verdammt, was hat Walker vor? Er ist durchgedreht. Seit dieser Sache damals mit Vaughn. Ich hätte ihn stoppen müssen. Du weißt, wie Vaughn drauf war. Ja. Es hätte nicht so laufen müssen. Hm. Was ist hier los? Da war... Ich dachte, jemand schießt auf mich. Das ist unser Dorf Vaughn. Das sind doch Verbündete. Sie war bewaffnet. Sie hatte eine Waffe. Ja, ich kann keine sehen. Nein, sie hatte eine Waffe. Seht ihr? Ich hatte keine Wahl. Willst du mich verarschen? Das reicht. Du hast schon mehr als genug von meiner verdammten Zeit verschwendet. Nein, das kannst du nicht machen. Das ist deine Schuld. Nein, das ist deine Schuld. Du hast mich schikaniert. Immer weiter getrieben. Du kannst... Du wirst... Oh nein, mein Dad wird erfahren, was du am Tag hast. Du erwerblicher Wurm. Wolltest du dich bei Daddy aus? Ist es das, was du vorhast? Jedes Mal, wenn du verkackst, gibst du dich nicht in die Schuld, oder? Jedes Mal, wenn du erwerblich hast, schrei einfach auf deinen Daddy und vertraust darauf, dass er dir hilft. Ich sag dir mal was. Dein Daddy ist nicht hier. Halt's Maul, ich bin ein guter Soldat. Ich bin ein guter Soldat. Du bist ein wertloses, verficktes Stück Scheiße. Hey, 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 hey. Gut, komm schon. Komm, Vaughn. Gib mir deine Waffe. Na los. Walker. Was hast du getan? Er war erledigt. Jetzt ist erledigt. Davon abgesehen, wie das wertlose Schwein nicht umgelegt, wer hat das ganze Dorf hinter uns hier? Das ist scheiße, Walker! Den Rest kennst du ja. Ja, du hast nicht ausgesagt. Deshalb war er nicht im Knast. Ich hätte etwas sagen müssen. Dann säßen wir jetzt nicht in dieser Scheiße. Nein. Das war richtig. Sag das mal den Leuten, die er erschossen hat. Hast du was zu, Scal? Das hier habe ich aus einem Labor. Dann dürfen wir wieder was lösen. Eine Nachforschung haben wir noch gemacht. Dieses unterirdische Labor muss noch intakt sein. Sehen wir es uns mal? Ich weiß nicht. Ich würde gern Walkers Männerauskundschaften. Rausfinden, was er vorhat. Wenn du bekannte Gesichter siehst, glaub nicht, dass sie vor dir sind. Oder warte. Wir treffen uns dann hier. So. Bist du noch in der Sequenz drin? Nö, ich bin raus. Aber ich würde jetzt zu Erewons zurück machen. Können Sie Feierabend machen, oder was? Ja, erstmal Feierabend. Okay. Also, das ist gesagt, wir machen noch ein bisschen was. Das eine mit dem Ding noch zu Ende hier. Weil dann hätte ich in der Folge sonst nur die Filensequenz. Weiter unten ist noch eine. Der Feierabend ist unten. Das brauchen wir nicht. Warte mal. Das geht ja mal gerade an nichts zu tun, oder? Hm. Warte mal. Okay. Weiter unten ist noch eine Hauptmission. Ach so, wir haben noch tatsächlich nichts mehr zu tun, wir gerade, ne? Also, wir müssen jetzt mit meiner Schuld reden. Warte mal. Warte mal zurück. Da sollen wir jetzt gerade nichts anderes zu tun haben. Äh, Moment. Hier. Naja, alles gut. Dann kann man ja beim nächsten Mal weiter machen. Ein bisschen haben wir ja jetzt wieder Material. Jo. Dann kann man ja mal gucken. Ein paar. Was haben wir heute? Das ist doch vielleicht noch mal ein bisschen bei der Börse und machen oder hier noch mal weitermachen. Wenn du Lust hast. Mal gucken. Alles ist gut. Wenn es nicht geht, geht es nicht. Wie gesagt. Ist halt so. Das ist halt immer das, was ich sage. Man muss einfach mal gemeinsame Zeit finden, überhaupt jetzt aufzunehmen. Das passt uns einfach täglich. Es kann nicht sein, dass wir immer täglich eine Folge bringen können. Wie gesagt. Sind ja beide berufstätig. Das ist es halt einfach. So. Ich komme mal kurz rüber zu Arrowworm wieder. Oder nach. So. Warum auch immer ich eine Mission offen habe. Hättest du gedacht, dass wir hier in die... Hm. Ja, egal. So. Na dann. Genau. Machen wir hier Feierabend. Und je nachdem, wir werden wir Zeit finden, machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Jo. Müsst du... Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020